Was weißt du? Ich sag nichts. Dann wird deine Freundin berüßen. Ich sag nichts. Hallo. Warte, ich mach kurz den Fernseher aus. Was ist? Tech werde ich sehen. Hallo Tech, warum rufst du uns? Hier, ein neues Diensthandy für dich mit GPS-Ordern. Oh, danke. Steck's schon weg, ja? Schönes Wochenende. Ciao. Mach die Tür auf! So, in Station zu reden. Aussteigen! Also wirklich fahren und auf Vorschau. Bye, bye! So, und jetzt gehen wir zum Bus. Hi, Two-Face! Hi! Wo bleibt denn der Bus? Guck mal, da kommt er! Ah, guck an! Oh, nicht da lang. Wir setzen uns zur Besten. Oh, Neigentechnik. Nicht schlecht. Oh, mein Gott, was gibt dir der Gas? Ah! Anhalten! Stoppfort! Anhalten! Stopp! Komm, die Polizei ist in uns auch schon her! Anhalten! Ich möchte sofort aussteigen! Hilfe! Hilfe! Polizei! Hilfe! 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 Du hast jetzt Polizei-Auto kaputt gemacht! Ah! 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 Los, mitkommen! Nein, ich will nicht! Mitkommen! Nein! Nein! Ah! Nein, was ist denn? Schnauze! Schnauze, hab ich gesagt! Ah! Ah, da kommt die Polizei! Tag, Herr Bachmeister! Tag! Mein Bus wurde gestohlen, die Linie 20! Was? Die Linie 20 wurde gestohlen? Da sind doch General und Jetgirl drin! Die sind bei Dr. Terror! Ich alarmier die Polizei! Also, was habt ihr über mich herausgefunden? Was ist das denn? Ein Handy? Gehörtet? Du kleiner Agent, also wirklich! Hoffentlich kommen sie jetzt nicht! Du wirst das noch büßen! Polizei, Waffe runter! Auf den Boden, 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 auf den Boden! So, Herr Dr. Terror, jetzt dürfen Sie unsere Zeilen von Ihnen bewundern! Was? Die Schrauben? Die Schrauben? Schrauben? Auf die schrauben? Untertitelung des ZDF, 2020